Verlogen, rechtsstaatsfeindlich und scheinheilig. Wird ausgerechnet die Justiz die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland verhindern? Heute in 10 Tagen, am 22. März, wird sich im Bundesrat entscheiden, ob Cannabis in Deutschland teilweise legalisiert wird oder nicht. Zum 1. April sollen nicht nur 25 bis 50 Gramm legal werden und drei Pflanzen, sondern zum 1. April müssen auch die Gerichte Strafen, die vorher schon ergangen sind, erlassen. Das heißt, wer vorher verurteilt wurde, wegen einer Tat, die danach legal ist, der muss den Rest seiner Strafe nicht mehr abzahlen oder absitzen. Die Gerichte müssen die alten Urteile also überprüfen. Das ist den Gerichten und Staatsanwaltschaften zu viel Arbeit. Und viele Gerichte und Staatsanwaltschaften jammern jetzt, dass sie diese Arbeitsbelastung nicht bewältigen können und bitten quasi darum, dass man das Gesetz doch verschieben könne. Liebe Justiz, ihr hattet jetzt ein halbes Jahr Zeit, seit der ersten Lesung im Bundestag. Ihr hattet neun Monate Zeit, seit dem ersten Referentenentwurf. Ihr hattet zwei Jahre Zeit, seit im Koalitionsvertrag die Legalisierung beschlossen wurde. Ihr hattet 30 Jahre Zeit, seit dem Cannabisbeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Seit das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass die Kriminalisierung und Verurteilung von Konsumenten grundrechtswidrig ist. Es verstößt gegen das Übermaßverbot. Ihr hattet 60 Jahre Zeit. 60 Jahre Zeit, seit Einführung des Betäubungsmittelgesetzes. 60 Jahre fehlgeleiteter Drogenpolitik, fehlender Prävention, fehlender Aufklärung, Kriminalisierung, Stigmatisierung und Entsozialisierung von Konsumenten. Ihr hattet alle Zeit der Welt, das Unrecht, das ihr verursacht habt, wieder gut zu machen oder zumindest zu beenden. Und jetzt wenige Tage, bevor das Cannabisgesetz in Kraft treten soll, bevor endlich Vernunft einkehren soll. Wenige Tage vorher fällt euch ein, dass es ja doch zu viel Arbeit ist. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, bevor wir gleich darüber sprechen, wie sich jetzt diese Abstimmung am 22. März auswirken kann und was die gravierenden Folgen sein können. Man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, dass jetzt Gericht und Staatsanwaltschaft, nicht alle, muss ausdrücklich auch die neue Richterfeindigung ausnehmen, die sich ausdrücklich für das Inkrafttreten am 1. April ausgesprochen haben. Aber es gibt viele Gerichte und Staatsanwaltschaften, die jetzt mehr Zeit fordern. Die fordern jetzt, ja, lassen wir es doch erst zum 1. Oktober in Kraft treten. Das ist Cannabis-Gesetz. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist zu viel Arbeit, rechtswidrige Urteile zu korrigieren, zumindest die Strafen zu erlassen. Und deswegen lassen wir das Ganze jetzt einfach noch ein paar Monate mehr laufen. Noch ein halbes Jahr mehr, noch ein halbes Jahr mehr rechtswidrige Urteile, rechtswidriger Geldstrafen, rechtswidriger Haftstrafen. Es sitzen vielleicht Menschen im Gefängnis wegen Delikten, die dann legal sein werden. Und da nehmen wir uns jetzt einfach mal noch ein halbes Jahr Zeit, weil wir, es ist uns zu viel Arbeit. Ihr hattet ein halbes Jahr, neun Monate, 30, 60 Jahre Zeit, dieses Unrecht zu korrigieren. Und jetzt, wenige Tage davor, ist es euch zu viel Arbeit und ihr riskiert jetzt, dass das ganze Gesetz scheitert. Am 22. März wird im Bundesrat darüber abgestimmt. Es gibt verschiedene Ausschüssempfehlungen und es schwebt das Damoklesschwert-Vermittlungsausschuss über dem Cannabis-Gesetz. Wir haben das Riesenproblem, dass, wenn sich jetzt im Bundesrat keine Mehrheit findet für das Cannabis-Gesetz, beziehungsweise wenn sich eine Mehrheit findet, die für einen Vermittlungsausschuss stimmt, dann tritt das Gesetz nicht zum 1. April in Kraft, sondern geht das Gesetz erstmal in den Vermittlungsausschuss. Und dort wird dann diskutiert. Und das dauert. Und das Riesenproblem ist nicht, ja, dann tritt es halt erst zum 1. Oktober in Kraft, sondern das Riesenproblem ist, wenn das Gesetz im Vermittlungsausschuss landet, besteht die reelle Chance, dass das Gesetz komplett scheitern wird und dass es überhaupt keine Teillegalisierung geben wird und dass diese historische Chance, die der Gesetzgeber, die die Bundesrepublik Deutschland hat, dann scheitert. Und wenn diese Chance scheitert, dann werden wir in Deutschland, da gehe ich jede Wette ein, die nächsten 4, 5, 6, 10 Jahre keine Legalisierung oder Teillegalisierung mehr erleben, weil dann sich vielleicht dafür keine Mehrheiten mehr finden. Es scheint ja jetzt schon relativ schwierig zu sein. Und das Bizarre ist, es scheint jetzt tatsächlich nur an dieser Amnestieregelung zu scheitern, dass ab 1. April Urteile korrigiert werden müssen, wo man sich fragt, was ist denn überhaupt zu korrigieren? Warum gibt es denn überhaupt was zu korrigieren? Warum habt ihr nicht die letzten 30 Jahre an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gehalten und hat solche Delikte konsequent eingestellt? Wegen Geringfügigkeit? Wegen geringer Menge zum Eigenbedarf nach § 31a BTMG? Von mir aus wegen Geringfügigkeit gegen Geldauflage? Warum? Und täglich werden auch heute noch Entscheidungen getroffen, und es gibt solche Verurteilungen, die auch heute schon einzustellen wären. Das heißt, ihr produziert heute noch Urteile, die dann korrigiert werden müssen. Ganz kurz noch dazu, dass jetzt tatsächlich irgendwelche Staatsanwältinnen und Staatsanwälte anscheinend tatsächlich behaupten, sie würden sich strafbar machen, wenn sie die Urteile nicht sofort korrigieren. Gibt es da draußen tatsächlich Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte, die davon ausgehen, dass sie dann ab in Kraft treten, in der ersten Sekunde, wenn das Datum umschlägt auf den 1. April 2024, wenn dann nicht die Urteile korrigiert sind, wenn die Amnestieregelung nicht sofort dann umgesetzt ist, dass sie sich dann strafbar machen würden? Gibt es da draußen tatsächlich jemanden, der der Meinung ist? Ich kann es mir, denke ich, nicht vorstellen. Also auch die Hardliner oder die härtesten Hardliner unter den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten werden wohl nicht davon ausgehen, dass das der Fall ist. Ich gehe davon aus, dass das eine Ausrede. Und jetzt noch ganz kurz mein absolutes Highlight der Gegner der Legalisierung, bevor ich auch etwas Hoffnung machen kann in Bezug auf den 22. März und auch vielleicht doch in den Kraft treten am 1. April. Mein Highlight war die Debatte im Bundestag, wo ein anscheinend ehemaliger Richter das ausspricht, was sich so viele Legalisierungsgegner denken. Ja, also die Legalisierung bringt für die Justiz und für die Polizei ja kaum Erleichterung, weil die ganzen Delikte, die dann legal werden, 20 Gramm, 25 Gramm, zwei Pflanzen, das sind ja alles die kleinen Delikte, die ja auch heute schon die Polizei und die Staatsanwaltschaft und die Gerichte kaum beschäftigt haben. Weil die haben wir ja sowieso kaum mehr verfolgt beziehungsweise die meisten eigentlich wegen Geringfügigkeit eingestellt. Erstens, in welcher Realität lebt ihr? In welcher Realität lebt ihr, in der irgendwie drei Pflanzen, 20 Gramm, 25 Gramm folgenlos eingestellt werden, ohne Aufwand für Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz? Und Punkt zwei, ihr müsst euch schon irgendwo entscheiden. Gibt es jetzt eh kaum so kleine Fälle und die sind alle so einfach abzuarbeiten, weil ihr die alle eingestellt habt? Oder habt ihr jetzt tausende von Fällen zu korrigieren und auf Korrektur zu prüfen, die vielleicht der Amnestieregelung unterfallen? Habt ihr sie jetzt alle eingestellt oder die meisten eingestellt, sodass die Justiz und Polizei keine Erleichterung haben? Oder habt ihr doch so viele verurteilt, dass es jetzt vielleicht doch etwas mehr Aufwand sein wird? Irgendwo dazwischen muss doch die Wahrheit liegen. Ihr könnt nicht beides haben. Und jetzt noch kurz ein Stückchen Hoffnung. Ich zeige euch eine Karte von der Bundesländer, die im Bundesrat wahrscheinlich eher für einen Vermittlungsausschuss stimmen werden und welche die gegen den Vermittlungsausschuss stimmen werden. Und es scheint gar nicht mal so schlecht auszusehen. Also es wird sauknapp, auf Deutsch gesagt, aber es ist nicht alles verloren. Lassen wir diese historische Chance nicht ungenutzt verstreichen. Sorgen wir dafür, dass die Ressourcen der Justiz und der Polizei endlich dort konzentriert werden, wo sie auch benötigt werden. Bei der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und nicht bei einer 60 Jahre überholten Drogenpolitik. Wir haben diese Chance, diese 60 Jahre jetzt zumindest ansatzweise zu beenden.